Heuriger in Schönbrunn eröffnet, Heuriger in Schönbrunn eröffnet. Wir haben hier zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eine zweite Zahl, wo wir einen Punkt setzen sollen, bitte. Vier. Vier, eins, zwei, drei, vier. Also ich kann es bestätigen, wenn du das das erste Mal mal gespielt hast, haben wir auch mitgezählt nach Zahlen. Und es hat auch gestimmt, ne? Nur die Häschen. Eins, fünf, sieben, acht. Danke. 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 Vielen Dank.